Jo Leute, willkommen zu einer kleinen feinen Aufnahme, und zwar zu Bummelparty mit dem Bevo. Hallo! Und dem Froschi. Ciao. Wir spielen, wie gesagt, eine Runde Bummelparty. Ich dachte mal, warum? 2, 2, 2, 2, 2. Wir wissen alle jetzt schon, wer gewinnen wird. An die Zuschauer. Ja, natürlich. Dazu muss man noch kurz sagen, Froschi und Bevo streamen nebenbei. Ja, rechts lang. Während dieses Video hier entsteht, logischerweise. Ich habe mich erst mal um 10 geheilt. Ja, krass. Hat ja auch schon so viel Schaden. Natürlich. Den geistigen Schaden, den kann ich nicht heilen. Das geht nicht. Das ist so korrekt. Oh, wie viel das ist meine? Und dafür kommt jetzt die neun. Oh ne, nur ne sechs. Ne, eher ne sechs. Ich geh hier unten lang. Er will nur nicht auf meine Felder. Wow. Da wären meine Felder, glaub ich, angenehmer gewesen. Da hättest du schon verloren. Mehr wäre das gar nicht gewesen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich machen muss. Du musst hier durch die Dinger fliegen. Oder beziehungsweise ausweichen. Ach so. Das war knapp. Jetzt habe ich sie auch verstanden. Ich konnte es nicht lesen. Das ging so schnell auch weiter. Was du da mal verlierst, wundert mich ein bisschen. Ja genau. Was denn? Bei mir bist du, also bei mir hast du das Ding schon mehr als gestriffen. Aber richtig. Ja gut, das ist dann wohl der Sync, der nicht so ganz on point war, oder? Opsa. Weg, ihr Sachen. Der Kopf ist absteig. Kann man mal machen. Kann man definitiv machen. Ey, scheiße, ne. Joa. Ich habe gar nicht gelesen, da ging es weiter. Ich habe da noch gar nicht ready gedrückt. Meine. Ich bin so froh, wieder Videos machen zu können. Direkt nochmal heilen. Ja, natürlich. Der einzige, der Schaden genommen hat, ist Froschi, aber heil dich ruhig. Weißt du, was gemein ist? Und die scheiß zwei. Und das gemein ist, ähm, Dings ist grün, der Rechner, ne? Ja, das ist er. Weil ich habe Froschi das Bild gezeigt, da wurde er neidisch. Ach so. Boah, Alter. Jawohl, aber ihr könnt ja, ihr könnt ja theoretisch auch mal gucken. Also ich weiß ja nicht, mit wem du letztes Mal den anderen PC eingerichtet hast. Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht beides ATX, ähm, Mainboards und, und, ähm. Also das, äh, also der Tower unterstützt ATX, der, der da hinten steht, ja. Nur ich, die Frage ist halt, ob er unbedingt einen Tower haben will, der einen gebrochenen Fuß hat. Also einen leicht kaputten Fuß. Ist halt ein Hinkebein. Ich, ich, ich sag mal so, ne? Ich mein, er steht ja trotzdem, aber, äh, bewegen ist halt so ne Sache dann für sich dadurch. Weil der wacke, aber, weil damit ist er ein bisschen wackelig. Ach so war das. Und dadurch, dass du ja Kiddies hast, die auch, äh, 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 weißt du? Jaja. Ich denk mal, das ist einfach beim Transport halt passiert, mein Gott. Es hat Plastik, was erwartet man, dass das, dass das so lange hält? Hm. Ich geb dir meinen Rechner dafür mit den roten LEDs, äh, Lüfter. Ja, genau. Ich hab, äh, äh, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht einen mit blauen, äh, LED-Lüftern stehen da, ne? Ist logisch. Äh, ne, ich, da nehm ich lieber eher meine Lieblings-Server als... Ich hab zweimal gemisst. Haben aber jetzt alle ein bisschen gebraucht beim Schießen. Mhm. Diesmal failte aber keiner, äh, und schießt auf das Falsche drauf, ne? Ich wollt grad sagen, also... Diesmal hat er... Letztes Mal? Ja, letztes... Ach, weißt du noch, beim Anfang, wo wir alle einfach komplett geschossen haben und jedes Mal irgendwie gefailt haben? Ja. Ich zwar jetzt nicht, aber ich fand's ganz witzig. Das ist doch nicht wahr. Das war so... Weißt du? Es sind grad mal fünf Minuten vergangen und er... Wer kann die doch eh nicht auf... Doch, keiner. Doch. Wer kann die doch eh nicht aufmachen? Es sind grad mal fünf Minuten vergangen, ne? Und... Alles gut. Oh, Mann. Alles gut, alles gut. So, also auf jeden Fall geht's jetzt wieder sechs weiter. Und ich heil mich direkt nochmal. Ich glaub, von Heilfeld zu Heilfeld. Ja, schon irgendwie. Ich benutze die auch einfach mal. Ob das schlau ist, ist ne andere Frage. Naja, dumm ist es definitiv nicht, weil... Du kommst auf jeden Fall näher in die Richtung und kannst halt eben nochmal würfeln. Hier hin... Sechs, sieben... Acht... Neun... Nein... Nicht neun, aber... Bitteschön. Wer steht im Wasser? 6, 9, 3, 5. Und wer steht da im Wasser? Der Froschi. Der Froschi. Der hat nur noch 6 HP. Weißt du, er ist der einzige, der ganze Zeit schadengreist. Ja, gut. Ah, ja. Jump, 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 jump. Ach ja, genau. Ach, fickt euch doch. Mein Gott, Alter. Eigentlich schwer, so schwer ist das gar nicht. An sich nicht, du musst dich halt nur konzentrieren. Das Problem ist, ich bin halt nur hardcore müde. Hast du schlecht geschlafen oder was? Nee, einfach nur zu kurz. Na gut, ich bin seit, ich glaube, sieben Uhr wach. Nee, acht Uhr. Acht Uhr, genau. Nein, nein, nein. Tschüss. Alter. Das nenne ich knapp, oder? Das war knapp. Hi. Hi. Hallo. Ich dachte, ich besuch dich mal. Okay. Ich hatte, dass du auch niemanden boxen kannst, weißt du? Das wäre ein bisschen fies, findest du nicht? Natürlich wäre das fies, aber das wäre mega geil. Sehr gut. Na okay. I see what you did there. Oh, ich hab' ein Geschenk. Ich glaub, ich mach das mal auf. Mehr als schief gehen kannst du nicht, wa? Na guck, was haben wir denn? Was schätzt er? Was haben wir? Äh, du kriegst die Minigame-Auswahl. Oh, Frosty, was sagst du? Das schwarze Loch. Das schwarze Loch. Minigame-Auswahl. Ich sag's doch. Okay. Wir nehmen das. Er hat das in der Mitte genommen. Nein, er hat das Mystery genommen, weil er das schon öfters gewonnen hat. See, was hast du genommen? Meinst du, ich nehm euch jetzt die Überraschung weg? Überraschung. Nö. Das will ich auf jeden Fall haben. Definitiv. Na dann. Ich will Blut. Blut. Boom. Hm. Hat dir das nicht so sonderlich viel gebracht. Nee, leider nicht. Ach, scheiße, Mann. Ich glaub's doch nicht. Man, ich hab grad kurzer Spielagd gelaggt. Ich hab's doch gewusst. Okay. Nur damit Bilbo wieder seine typischen Geräusche geben kann. Du weißt welche. Also. Natürlich. Natürlich. Bung. 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 Ja, was kommt? Okay. Bung. 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 Stach. Bung. Bung. Wenn ich's einmal verkacke, ne? Wenn ich's einmal verkacke, bin ich direkt raus. Das ist jedes Mal so. Wenn ich's einmal verkack, bin ich raus. Ah, Mann, ey. Das Board-Event ist vorbei. Meine Cam hat sich weggehangen. Echt? Ja, keine Ahnung. Die Cam ist einfach grade mal im Aus gewesen. Dann streckst du halt eben schnell noch mal ein. Nee, ich hab nen Hotkey für Aus- und Einschalten. Ah, okay. Aber keine Ahnung, was das war, aber auf einmal war die kurz aus. Vielleicht kommt die nicht damit klar, dass sie in einem USB-3.0-Slot drin ist? Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ist die C920. Ich mein, das ist das erste Mal. Gestern hab ich knapp drei Stunden gestreamt und da war die Facecam an. Also, I don't know, was das war. Aber das war ne interessante, ähm, interessanter Freeze gewesen. Was auch immer der Grund dafür war, dass die Cam mal kurz sagt so, nö. Ich geh jetzt einfach mal aus. Nee. Keine Ahnung, was das war. Ich weiß, keine Ahnung wirklich, was das war. Das war was Neues für mich, weißt du? Joa. Bei dir war's ja auch nicht passiert, also gibt das keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, welche hattest du vor der jetzigen? Auch die C920. Und was siehst du? Also, dann kann das Safe nicht der Grund sein. Jason Derulo. Da 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 da. Einfach mal hochgehalten und viel. Ah. Na gut. Eins. Gut. Jetzt nehmen wir auch nochmal hier so'n Fässchen und dann werfen wir nochmal auf die zwei Idioten da hinten. Ich hüpfe mal einfach. Hi. Hallo. Nein, 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 nein. Ha 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 ha. Knapp. Ja. Schauferkratz. Hi. Hallo. Also, irgendwie ... Wir sollten uns drum ... Wow! Das war jetzt aber fies! Ach ja. Ah, Mist. Ich hab gar nicht drauf gedacht, wo jetzt die Kiste eingestellt, aber gut. Irgendwo da ... Was überlegst du gerade? Ach so. Ich dachte, ich könnte in der großen Ansicht auch weiterlaufen, aber ging irgendwie nicht. Du sahst so unentschlossen aus, so, was mach ich jetzt? Ja, ich drück halt da drauf, weil ich mir gedacht hab, okay, da komm ich da hin. Ich drück drauf, passiert nichts. Passiert immer noch nichts. Hä? Ach so, verstehe. Erstmal einfach hochhalten. Jetzt übernehme ich den Part. Okay, er geht einen anderen Weg. Er wird sie, glaube ich, seine Schlüssel wiederholen. Meinst du? Die krieg ich doch nicht wieder. Oh nein, ey. Oh ja! Hä? Was? Ah. Okay, ich hatte gerade einfach ganz kurz ein Black Screen. Bei mir ist auch irgendwie die Maus im Bild. Solltest du vielleicht rausnehmen. Ich dachte, ich sag dir das mal. Na. Ja, Bebo ist vorne. See, Senor. Ah, fuck. Nein! Ach, das war fies. Genau auf das Feld, wo ich drauf wollte. Genau das verschwand. Scheiße. Das ist aber ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, oder? Ja. Okay. Meins! Was hättest du eigentlich hingekriegt, wenn du nicht einmal verkackt hättest, Bebo? Ach. Easy. Easy. Gewinn trotzdem. Hahaha. Das wäre... Das bist typisch du! Ja, ja. Ah. Was hab ich eigentlich so für Items? Hm. Lass mal auf meinem Feld stehen. Ja, kann man ja machen. Klar. So. Ich hätte gedacht, dass ich... Du hast dich schenkt. Du hast dich schenkt. Wie? Du, das schaffst du nicht bis dahin. Das schaffst du locker nicht. Oder doch? Nein. Ah, nee. Schade. Ich war mir jetzt noch kurzzeitig nicht mehr so ganz sicher. Nee. Weil du doch recht weit gekommen bist. Hä? Nein, weil das sind seine. Die hat verloren. Die kann ich nicht tun. Damit nicht automatisch wieder... Die sind ihm verwehrt. Oh. Oh. Haha. Ich fahr Bebo. Ach lol. Ich hab die ganze Zeit auf den Falsche geguckt. Oh mein Gott. Ich bin Bebo hinterher gefahren. Was los Bebo? Normalerweise bist du doch so gut da drin. Tja. Der neue Rechner bringt negative Punkte. Bebo wird schlechter. Upsa. Hi. Hallo. Aber ein Froschi ist diesmal sehr gut da drin. Das wundert mich. Scheiße. Ich bin aber zu müde. Wir hätten auch... Ja genau. Wir hätten auch später das hier machen können. Wir hatten zwei Tage Ausfall wie du weißt. Upsa. Alles gut. Mich stört das nicht. Ja. Okay. Das war falsch eingelenkt. Allein. Ich bin einmal falsch eingelenkt. Das war blöd. Board Event. Ja. Das ist richtig. Ich dachte ich sag das mal. So. Und warum? Weil ich es kann. Wo ist die Gäste überhaupt? Da unten. Da hinten. Da komm ich. Super. So nah. Und ich komm da trotzdem nicht dran. Ich darf da nochmal ernsthaften Umweg gehen. Ernsthaft? Ja. Super. Ich glaub's doch nicht alter. Ich hab sogar das Item bekommen. Nice. Erstmal eilen. Ja gut. Bei dir gibt das sogar Sinn. Ja. Tatsächlich. Erstmal. Was für. Äh. Ich glaub wenn ich da nochmal drauf geglatscht wäre. Bei der Spot Event komm ich mir da vorbei. Ne. Weiß ich tatsächlich nicht. Möglich. Ja gut. Das war genau. Meiner. Hä? Wie kannst du denn jemanden einklemmen? Jetzt hab ich mich wirklich selber umgebracht. Wow. Lol. Das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Das konnte ich doch auch nicht wissen. Oh komm schon. Ah fuck dich. Scheiße. Ähm. Ehh. Ach. Danke. Ey nein. Oh das war fies. Oh das war fies. Oh war das fies. Alter. Ich will irgendwie schnell durch das Spot Event durch. Ja, wobei, ich glaube, ich latsch da gar nicht rein, ne? Ich glaube auch nicht, aber... Erstmal... Ja, nee, das bringt so null. Ich hätte es gemacht. Kappa. Und er hat... Ja, okay. Vollkommen egal. Wo ist der Bebo? Ich seh den nicht mehr. Der geht immer irgendwie einen anderen Weg. Erstmal heilen. Ja. Aber gut, kann man machen. Ja, natürlich. Wo bin ich denn? Da bin ich. Nein. Hä? Was? Hä? Wow. Ja, okay. Macht's mir halt noch leichter. Tötet euch einfach gegenseitig. Tötet euch meine Sklaven, tötet euch. Alter! Na gut, wollen wir jetzt beide nur auf einem Feld bleiben? Das wird sehr eintönig, ne? Ja, außer ich spiel mich natürlich selber um! Das war Glück. Ey, guck mal, du hast wieder ein Geschenk. Willst du es wieder einlösen? Ja, ich will auf jeden Fall was einlösen. Aber das ist kein Geschenk. Okay. Nee! 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 Da bin ich wieder. Hallo! Hi! Wirklich jetzt? Ja! Okay, tschüss! Ah, okay. Der Hass, ne? Tschüss! Ja, komm schon, ey. Und erst... Ah! Ihr wart ja auf dem gleichen Feld! Mhm! Ich dachte, ich komm einfach mal wieder ran da. Guck mal, da bin ich wieder! Not bad! Ja! Froschi, ich frage, hast du dir grundsätzlich gesagt, du willst keine Kiste heute haben? Ich muss da lang. Wenn ich da hinten rum langgehe, komm ich da oben raus, wo ihr seid. Ah, okay, komm. Hätte ich mir das Spawn-Pussy gehabt. Ach, lol! Ich spawn hier! Bye! Bye! Oh, du versuchst es mit rein? Die ganze Zeit schon? Ihm... Nein, 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 nein! Niin! Immer drei rüber! Hä? Ich hab noch eine in der Hand. Ach, da war ein grünes Auto dahinter. Das hab ich gar nicht gesehen. Au. Ich bin so richtig unaufmerksam. Ah, fuck. So gut, übertreiben wir das auch. Aber Gott sei Dank ihr auch. Das klappt so nicht. Das ist aber zu schnell. Was? Ich war so nah. Ich war so nah. Mann. Das war unfair. Dann wären wir auch definitiv safe, die Kiste bekommen. Das ist... Schade, ich hätte so gelacht, wenn du zu weit fliegst mit dem Ding. Nein, das passiert nicht. Nee, das geht nicht. Schade. Ach, komisch auch nicht. Alles klar, also da hinten. Ja. Ach, komm schon, ey. Le Borde, ich wende. Borde, ich wende. Du weißt, logischerweise wieder im Wasser. Ich weiß nicht. Was habe ich denn so für... Hm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist übrigens einer so der Spiele, wo ich dann den Controller weglege. Ja, okay. Das kann ich verstehen. Was? Easy. Das war aber schnell. Nein. Du hast bei mir ja gar nicht auf mich gezielt. Doch, habe ich aber. Ja, wow. Ja, das war erfolgreich dran vorbei. Das war auch erfolgreich dran vorbei. Was ich auf jeden Fall nicht kann... Geh mir doch jetzt. Was? Das war fiss. Wo ist der Hund? Ey, ich bin gerade erst gespockt. Du Arsch. Ey, nein. Alter, Bevo. Bevo. Oh, 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 oh. Oh. Al- Fuck, ey. Oh, mein Gott. Der Turn-On. Ernst. Der Turn-On. Da habe ich ihn nicht mal erwischt, Alter. Yes. Oh. Was ich am 1 sind? Teamkamerad, ich bin am Lurk. Nice! Twice, sehr gerüst. Und jetzt krieg ich... Äh, hier... Nee, Minigame. Hm. Broto-Race, nee, danke. Jetzt würd ich's erst recht nehmen, weil er sagte, nee, danke. Vielleicht wollt ich auch nur das haben, dass er's deswegen gemacht hat. Hm, die Kleinen. Wir gehen da lang. Bumm. Au! Aber 16 Schaden ist schon hart. Ja. Soll ich... Ach komm, soll ich's mal versuchen? Eggplant. Gat, 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 Gat! Aaaaahhhhh! oloih! Froschi, das ammer Opfer. Ich wollte gar nicht wissen, ob der jetzt am Raid schniss oder so. Das ist immer geil, da habe ich kurz immer leichte Legs. Irgendwie. Du meinst bei dem Video? Hm. Ja, ja, habe ich auch. Hahaha, wer ist da gerade abgestürzt? Oh. Das war erfolgreich nicht genommen. Ja, ja, nach unten, genau. Ja, die invertierte Steuerung, die schneide ich auch erst richtig in der zweiten Runde. Genau, das meine ich. Ho, ho, oah, oah! Was, Mann? Das ist, ho, ho! Ich wollte mich sagen, hoch und... Ach, super. Ah! Froschi, noch das bist so schnell. Hahaha! Und dann denk ich mir so, halt dein … Oder er ist halt einfach konzentriert. Oder er will einfach nie wieder mit uns spielen. Das werdet ihr nie erfahren. Er hatte einfach nur die Mute-Tasse versehentlich gedrückt und hat die ganze Zeit mit uns geredet. Nö. Nein, hatte er nicht. Ich hab den Discord ja im Blick. Ich habe es irgendwie gerade kurzzeitig geschafft, das Spiel zu klicken, war angenehm. Glaube ich. Glaube ich gerne. Hm. Hm. Hey, wenn du da jetzt, ne, dann … Alter, das ist doch ein Scherz! Was ist das? Das kann nicht sein! Sag mal, hast du irgendwie … Keine Ahnung, äh … Ach ja. Sehr schön. Du Penner! Du Penner! Ich liebe es! Mh, 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 mh. Danke, wenn nicht nötig gewesen. Alte … Mh, 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 mh … Mh, mh, mh … Mh, mh, mh … Okay. Danke. Alter! Du bist aber heute in ... Kleiner Menge. Soll ich jetzt auch ... Warte, warte! Alter! Wo ist denn der Teil? Da hinten! Oh mein Gott! Hast du's grade gefunden gehabt, oder was? Das war die ganze Zeit aufgedeckt. Ihr seid die ganze Zeit vorbeigelaufen. Nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm. Ja, hm. Ja, was machst du? Ja, das ist ... Absicht, Bro. Er mag nicht, dass ich die Zahl 100 habe. Ne? Und es hat Boom gemacht! Boah, seine dreckige Lache. Ja, das ist halt Bevo. Der hatte halt eben so ne Lache. Weißt du, das tat weh! Erstmal heilen! Wow! Okay, hier bitte schön. Ja, danke für die drei Schlüssel. Wow, vier, okay. Bevo, wo sind denn deine Schlüssel hin? Oh! Ich hab den Move zwar jetzt irgendwie nicht verstanden, weil mir bringt das eh nix. Und ich hab drei Pokale. Der wollte, glaub ich, das Einzelne bestimmt oder so. Wo war denn die Kiste? Vielleicht. Den weg. Also links von dir kommst du am schnellsten hin. Ja, das ist ihm aber egal. Duki. Ah, okay. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja, passt schon. Hallo! Oh, ich bin der Uwe und meine Ode bei ihm. Okay. Was ist das Scheißding hier? Hinze! Ich bleib mal hier hinten in der Ecke. Bin jetzt hüpfig. Seid schön. Ja, ich dachte, ich bin mal so frei und sag das mal, was ich mach. Wir wollten das wissen. Ja, du nicht, so wie es aussieht. Ja, das ist richtig. Noch ist easy. Noch ist wirklich easy, ja. Oh, da hat jemand schon Schaden gekriegt. Jetzt wird's schwieriger. Au. Aua. Okay. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Ah, fuck. Okay. Danke. Na bitte. Komm, ich wag es nicht. Oder? Soll ich es mich wagen? Ja doch, komm. Mehr als schief gehen. Du kommst in die Hölle. Nee? Nee. Ah, okay. Winigame. Er hat das dritte genommen. Ich glaub, dass er hier hat das zweite genommen. Ich glaube eher das. Also das erste auf jeden Fall nicht. Guck mal, so nah. Und doch so fern. Ich wollte gerade sagen, so nah und doch so fern. Gut, wenn ich gewusst hätte, ich so nah an der Kiste wäre, hätte ich die Kiste, hätte ich das Präsent später genommen. Ganz ehrlich. Ja gut, das hab ich gesagt. Ja gut, das hab ich aber. Naja, viel Spaß. Sehr schön. So nach knapp 40 Minuten hat er endlich auch mal eins. Wobei, es ist eigentlich total egal welches Minigame, ne? Wir sind im finalen Törner. Kommt, soweit ich weiß, kein Minigame mehr. Stimmt, ja. Ja. Also muss ich die eigentlich noch schaden, damit Froschi gewinnen kann? Ja. Wie viel Schaden willst du, wenn du es schaffst 30 Schaden mir direkt zu machen? Weil... ...bringt sonst nichts. Ja, die Kugel, die nimmt doch gut was ab, oder? Nein. Bumm. Ja komm, gehen wir hier rüber. Ich will Kies. Keiner will wissen, was für eine Minispiele ich genommen hätte, außer man schaut sich mein Video an. Ahahaha. Ja gut, Leute, ich würde dann sagen, das war's dann auch mit dieser... ...mit dieser Aufnahme, mit diesem Part. Bumm. Hauptsache, er haut mich. Jedenfalls, lass eine kleine Überweiterungsbewertung sagen. Der Link zu... ...ja, bei den Twitch-Kanälen, Bebe, du machst ja glaube ich auch nichts mehr auf YouTube so, ne? Nein. Ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns. Bis dahin und ciao. Okay, tschüss. Okay, Froschi will kein Ciao sagen, dann machen wir einfach... Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.